hallo und herzlich willkommen hier auf meinem kanal heute geht es um die in chicago ansässigen des metal veteranen die sind wieder auf dem richtigen weg und kündigen die bevorstehende veröffentlichung demolition redarm die später in diesem jahr auf best records veröffentlicht werden soll hier ist was michael michael groß dazu zu sagen mit blut eingefärbt auf pergament aus gemahlenem knochen dissender und past records sind jetzt blutgebunden in einer unheiligen allianz wir freuen uns mitteilen zu können dass wir mit past records in verbindung mit der veröffentlichung von demolition red zusammenarbeiten wir wussten dass adrian und past records beste wahl für uns waren dissender von 1990 ins leben gerufen und kann als old school thrash speed metal band mit death und crime metal einflüssen bezeichnet werden mit lyrischen themen wie okkultismus zumbifizierung dämonen zauberern und hexenmeistern religiösen überzeugungen schmerz und leiden die meister des elends haben hier wirklich eine klangliche klanglandschaft von folter tod und terror